Es geht noch mehr 13 Minuten, jetzt ist die ultimative Phase angebrochen! Da, 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 da! Schretter, Schretter, Schretter! Läuft über das ganze Feld! Eins, zwei, drei! Mama mia, Mama mia, Mama mia! Mir bleibt die Luft weg, mir wird ganz schwindlig! Jetzt ist dieses Tor gekommen, ich habe gerade gesagt, die ultimative Situation, aber wir haben noch nicht gewonnen! Vor zwei Minuten hat Salzburg die große Möglichkeit gehabt, Seger die Nummer 14! Grünwald hat gerettet, der ist frei zum Schuss gekommen und jetzt schießt Schretter! Sein 16. Tor, vielleicht das Wichtigste, 1 zu 0!